Warum nimmst du Mundo ADC? Du bist ADC Er hat doch nicht geklappt Ey, Top bin egal was passiert Er hat es dir artikuliert Wann? Wo? Ich hab nix gesehen Ja, das ist mir wohl hin Du nimmst jetzt entweder Yassu ADC oder Ist mir eigentlich relativ egal Du bist ADC, komm also geh ich top lane Nein, ich geh top lane Verpisst dich Verpisst du dich Nein, du verpisst dich Ihr verpisst euch beide Nein Wenn du nicht gesagt hättest Könntest du bitte bot lane gehen Dann wäre ich gegangen Mir ist du erst recht nicht bot lane gegangen Doch dann wäre ich gegangen Kannst von mir aus auch Yassu bot lane spielen Wayne Bitte geh bot lane Bitte geh bot lane für mich Senpai Der hat einfach Muckis auf den Muckis Ich mein der hat Muckis Auf den Seiten von den Muckis Dann nochmal Muckis Und der Sinn dabei ist Du musst oft Muckis sagen Weil es nicht cool anhört Muckis, 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 Muckis Bop, 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 Bop Ey, die hat meinen Kack geblockt Bop, 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 Bop Was? Der hat nicht mehr getroffen, Bullshit pop 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 Oh. TP! TP. lol ich kann ihn 1v1 oder? lol cp zu ab eh' ich kann ihn einfach 1v1 ne? Bulb 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 what a fucker Motherfucker kannst ja wenn du willst helfen auszupushen aka texten aber jetzt hol' ich mich dir aber komm mal her komm mal her ließ hin ne power schmeißen Ich kann den Leashen holen. Wenn die nächste Queue raus ist. Oh lord, ich hab dann... Hat die mich gerade geultet? War das nur Ulti? Ey guck mal bitte mit, der entflug. Glaubst du ich kann Vega mit einer Ult killen? Ja. Warte, warte. Ich versuch noch eine Q zu treffen. Kann ich scheiß mal aufhören? Ne, auf keinen Fall. Ihr habt ja viel zu viel Leben. Bup! Jetzt kannst du ihn vielleicht. Okay, Vega Flash, er dachte wohl, da kommt ein Ult von mir. Aua. Ich hab ein Problem hier. Geh, geh, des Jungle. Easy, machst du das Ult oder so? Ne, hab ich nicht. Das Ult oder sowas. Warum sehen mich die Minions hier drin? Mann. Bup, bup, bup. Aua. Haben wir. Hab ihn. Und auch nicht. Meiner, Bitch. Ha, 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 Mund-OP. Ja, schrecklich. Groupen, oh mein Gott. New Mechanic 2017, bald ein LCS. Pushen. Und Groupen, Alter. Ich hab 5 wieder Ulti. Ach, da ist ja ne Wand. Der vermeint. Nein, ich bin reingelaufen. Upsi. Wieso wurdest du grad weggeultet? Lol, der Vega hat mich geultet. Tschüss. Na. Tschüss. Ich wurde grad weggeultet. Ich wurde weggeultet. Aber ich wurde dabei geteilt. Alter, das ist genial mit Mundo. Bo, 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 bo. Weißt du, was wirklich damage macht? Tschüss. Weißt du, was wirklich damage macht? Mundo. Der ist noch Luchs. Da krieg ich hier mal Hilfe, wenn ich fighten soll, oder auch heute nicht mehr. Verpiss dich, wer auch immer du bist. Warum wurde ich vom Tower angegriffen? Das weiß ich. Warum ist die Luriebein die Hilfe? Bitte, hör mir her. Wieso hat die ein Wackpuff? Wieso hat die ein Wackpuff? Von mir, die hat mich vorhin gekillt, weil ich unter dem Tower von Lux und Jinx gefeindet wurde. Komm schon, ihr seid richtig scheiße. Get her! Boah! Ulti! Der hat Ulti verkackt aber. Hä? Die springt auch nicht. Also das war wirklich die Ulti? Ja, das war die Ulti. RIP. Wuh! 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 Ich hab keinen Flash gehabt. Die sind alle tot. Ne. Ich hab Ulti. Ich hab Ulti. Guck mal wie schnell ich bin. Ich hab 518 Muff und Sweat. Bye! Mal sagen, Mundus definitiv. Warte, ich slow. Warte, wollen wir den fighten? Wir können den auseinander nehmen. Wir können die ficken. Jinx hat kein Mana für Raketen. Und da ist jemand. Lux kommt. Warte mal, die macht auch relativ. Lux ist aber gut. Lux ist richtig gut. Warte, ich slow sie nochmal. Aber... Los rein hier! 0 3 Was? Die sind Ulti! Ja nice, good job. Nein, die sind Ulti. Nein! Etienne musste unbedingt in mich reinfliegen. Ahaha! Ahaha! Ja, läuft ja einfach weiter, ne? Warum will ich denn so früh ulten? Weil dein Ulti Leben kostet. Ja, aber nicht so viel. Doch, was ist das? Nein! Die kostet nicht viel. Halt dein Maul, sie kostet nicht viel. Halt du dein Maul. Ich bin Mund-Domain. Ich weiß, was ich sage. Halt deine Fresse. Wir halten jetzt weiter euer Maul. Halt dein Maul, Tom. Halt du dein Maul. Alle halten die Maul. Nein, halt du die Fresse zuerst. Dann halte ich meinen Mund. Nein, erst halt deine Fresse. Tom boosted. Ich gern boosted. Nee. Guck, Tom boosted. Der Bart muss ihn wieder safen. Das ist so typisch. Ah! Full engage! Spiele Mechanics Bob! Spiele Mechanics Bob! Wink. 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 Bin zu langsam. Schneller! Wink. Wink. Bra! Bra! Jame ist halt eher early mid game start und late game kick halt, ist alles ne. Oh die shit ich werde zu sehr gebürstet um mir irgendwas... um mir meine Ultimatisse zu zu lassen. Was soll dieser Tryhard quibe reported? Wir verporten Jinx dafür, dass es ein Tryhardt Ja, werdet ihr auch, mach ich jetzt Das ist so behindert Für was sollen wir sie verporten? Ja, Griefing the Game Verbal Abuse Verst du verporten? Ja, verporten